Halleschön Leute, es ist heute der 3. Januar. Ich möchte nur ein Zimmer-Update-Video machen. Sieht jetzt extrem, also wieder anders aus. Das war jetzt, ja ihr seht schon am Boden, ich habe Teppich jetzt. Das ist ein ganzer Teppich, den ich verlegt habe zusammen mit meinem Vater und jetzt sieht das auch ein bisschen anders aus. Das Bett hier wird dann auch ausgewechselt, aber dann komme ich in ein Hochbett, das kommt dann noch hier hin, aber das mache ich dann erst später. Und also hier ist eigentlich alles bleich geblieben. Ich habe hier einfach nur das Kabel-Setup 1000 war besser gemacht. Jetzt sind alle Kabeldinger hier unten und man könnte das Ganze hier rausziehen, weil das hat Räder und dann kann man, also hinten sind dann nur 2, 3 Kabel, die raus landen, dann kann man das wegziehen und schneller putzen und alles. Hier ist jetzt auch ein bisschen umgestellt worden, vor allem auch diese Ecke hier. Diese zwei Schränke sind im Moment noch, äh nee, der untere Kleider drin, der obere ist leer. Die werden auch ausgetauscht gegen andere Schränke, weil ihr seht, dort hinten ist noch die zweite Tür. Ähm, hier ist sonst noch, einfach diese Manga-Gaming-Ecke. Ihr seht, mein Brillen-Etui. Ähm, hier sind schon mal die Gewinne vorbereitet zum Abschicken, hier das Pokémon-Spiel. Das ist der Manga und da muss ich noch eine Verpackung suchen zum Gescheiterer schicken. Hier sind alle ein bisschen schöner, ausgeordneter. Hier hinten auch noch, muss ich auch noch, hier im Sack, muss ich noch die Sachen dann ausräumen und irgendwo gescheit sortieren. Hier übrigens, das ist eine Schachtel mit richtig geilen Sachen, richtig geilen Sachen. Übrigens den Gameboy hier, das ist ein ziemlich neuer. Also was Neues, also ich hab den zu Weihnachten bekommen von meinen Eltern, ist super geil erhalten. Habt auch jede Menge Spiele bekommen. Und da ist auch mein Nintendo 64 drin. Oben seht ihr noch meine Gamecube, mein PS3 und ja. Das war's dann von dieser Ecke hier, gehen wir ein bisschen rüber. Hier ist jetzt mein Sofa, sieht echt geil aus. Hier wird dann, wenn das Pech weg ist, hat man freie Sicht auf den Fernseher und über den Fernseher, das Hochbett. Wird sicherlich geil, die ganzen Prüfsteher und so noch. Und da hinten immer noch das eine Regal. Und hier jetzt das hier, da sind das Schulzeug noch drin und andere Hefte und so Zeugs hier. Dann hier unten ist nichts weiter Wichtiges. Hier, das ist jetzt, das sieht so aus. Erstmal unter dem Dings hier, unter dem Tisch, hier ist das Kabel-Setup, mein Router, Router, wie auch immer man das sagen möchte. Da hinten ist das einfach die Verkabelung, die habe ich recht schön gemacht, finde ich. Da kann ich meine Beine hoch tun und mein Handy ist dort unten am Laden. Dann haben wir hier das iPad und hier übrigens mein, juhu, mein Zelda 3DS. Also mit Zelda-Design. Da habe ich jetzt Dings drin. Sieht man es? Ich kann es jetzt schlecht mit deiner Hand machen. Pokémon Mystery Dungeon, Gates to Infinity. Das Spiel habe ich übrigens eingetauscht gegen den Code, Download-Code von Link Between Worlds, weil ich den Download-Code hasse. Ich hasse Download-Codes und dann habe ich jetzt das mit dem Kumpel eingetauscht. Hier ein bisschen Schokolade zum Essen immer. War mal randvoll, jetzt ist es noch schon alles weg. Stereo-Anlage. Hier meine, das ist die eigentlich von der Kamera. 2 GB, habe jetzt eine 4 GB drin, die vom 3DS. Und hier habe ich mir auch für den 3DS eigentlich dann gekauft, die 32 GB. Und jetzt sind 3DS drin. Der Laptop wird auch mal bald ausgetauscht. Der ist jetzt immer noch provisorisch hier. Dann wird hier alles besser sein. Hier, so, ich will eigentlich ja ein MacBook, aber kostet halt auch wieder Geld, muss ich noch mit dem Sparen. Na ja, Teppich war jetzt auch nicht gerade günstig. So, das, äh, hier, ah genau, hier oben wollte ich es noch eigentlich zeigen. Sieht eigentlich immer noch gleich aus. Hier hat sich nicht so viel verändert. Na ja, nicht so viel, ähm. Jo, ähm. Das war eine ganze Menge Arbeit. Das habe ich über die Ferien gemacht mit meinem Vater. Man musste das Ganze zum Ausräumen, alle Möbel und dann wieder einräumen, alles. Bis halt auf die Wandgestelle und, jo. Ähm. So sieht jetzt mein neues Zimmer aus. Die Rollläden sind oben. Ich werde mal wahrscheinlich ein nächstes Update machen, sobald es eigentlich fast fertig ist mit dem Hochbett und den neuen Regalen und Schränken und alles. Und dann werde ich hier nochmal so ein Video zeigen, weil das ist jetzt, es sieht zwar schon gut aus, aber es ist noch ein bisschen provisorischer, als, ja, als man denkt. Äh, ja, das war's dann und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute. Tschö, Leute.